Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 19. April 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1184. Heute mit den schmalen, einzigen, kleinen drei Themen, die ich habe. Netflix, Siri und Freedom Phone. Ich beginne gleich mit Netflix. Und dieses Mal geht es nicht um Netflix als solches, sondern um Netflix auf der Apple TV. Diese unterstützt nämlich jetzt endlich den Videoplayer, den nativen Videoplayer von tvOS 15, welchen Apple im letzten Herbst offiziell rausgehauen hat für all die Kunden da draussen, respektive die Entwickler, die das dann auf ihre Apps portiert haben, sodass dann eben nicht ein eigener Player läuft, sondern eben der Apple eigene dargebotene Player, womit dann das Ganze ein bisschen ein einheitlicheres Bild abzeichnet. Somit hat man jetzt im Stream, wenn man sich was anschaut, unten eine einheitliche Timeline plus die Information zu der jeweiligen Serie etc. kann da noch auf mehr Informationen klicken. Das Ganze schaut einfach viel vertrauter aus, vor allem wenn man übergreifend verschiedene andere Player für sich nutzt, wie zum Beispiel den von Apple selber, Apple TV Plus logischerweise, aber auch zum Beispiel Amazon und so weiter. Da kommt langsam ein bisschen mehr Einheit ins komplette System mit rein. Weiter geht es dann mit Siri und einem, ja wie soll ich sagen, vielleicht auch ein bisschen traurigen Geschichte. Eigentlich wollte man im Jahre 2019 prüfen, ob Siri auch einkaufen kann für einen, also sagen kann, ich möchte gern bla 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 und so weiter, der persönlichen Assistentin. So wie man es zum Beispiel bei Amazon ja mit der Alexa kann, das ging nicht, weil Datenschutzbedenken, Apple hatte Datenschutzbedenken, dass das missbraucht werden könnte am falschen Ort, und die nicht richtigen... Darauf habe ich keine Antwort. Dankeschön Alexa. Die falschen Daten gesammelt werden und hat dann das kurzerhand wieder über das Bord geschmetzen. Es ist immer wieder mal so, dass Apple gewisse Dinge halt nicht umsetzt, einfach aus der Sicht des Datenschutzes, und das ist ja für den Kunden schlussendlich gut, auch wenn natürlich so ein Einkaufsding wie, kauf mir ein neues XY, sehr, sehr bequem wäre, aber eben, das Missbrauchpotenzial ist leider zu hoch. Zu guter Letzt gibt es wieder mal was vom lieben Herrn Trump. Der verkauft seit dem letzten Jahres an seine Jünger ja ein Freedom Phone. Die können sich das kaufen und haben dann was Gutes getan, vor allem für das Portemonnaie von Herrn Trump. Denn, ja, was ist das? Das ist ein Android-Device mit einem eigenen, also fast eigenen Android obendrauf, ein Android-Fork von ClearOS. Das ist ein sehr, ja, wie soll ich sagen, ein Google-gelehrtes, ein nicht mit Google-Diensten versehenes Smartphone, also quasi ein Huawei-Gerät. Nee, Scherz am Rande. Das auch, und das hat man vor kurzem herausgefunden, weil man sich das ein bisschen genauer angeschaut hat, eine eigene Signal-Message-App drauf hat, die nicht der Original-Version entspricht, wo man dann auch nicht zum Beispiel die Datenschutzbestimmungen etc. anschauen kann. Also alles sehr, sehr creepy, aber das ist ja alles, was um den Herrn Trump herum geht. Aber weshalb habe ich am Anfang gesagt, das macht den Herrn Trump reicher? Ja, ganz einfach. Das Telefon ist eigentlich ein 120-fränkiges chinesisches Umi-Digi. A9 Pro Smartphone. Man muss es nochmals hören, ein chinesisches Smartphone. Genau, was sie einfach umlabeln, mit einem neuen Logo versehen, branden und im Boot-Logo selber reinmachen, mit dem Trump-Counterfei. Kann man machen. Und für wie viel können das dann die Nutzer in den Staaten kaufen? Ja, für 500 Währungseinheiten, US-Dollar, um genau zu sein. Sehr, sehr speziell, sehr Trump-artig halt. Und ja, dieses Trump-Social-Media hätte da auch drauf gesollt, wenn es dann nicht gefloppt wäre. Aber ja, zum Glück. In diesem Sinne, euch einen guten Start nach den Ostern in die verkürzte Woche. Ich habe relativ volles Plan, aber ich hoffe, ich schaffe es jeden Morgen, euch eine Episode zu bieten. In diesem Sinne, bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Und morgen, versprochen, ohne die Alexa, die reinquatscht. Hört mehr Geek Talk.